Ihr fucking lighting Was macht der hier? Machen wir uns wahrscheinlich... Ne, warte mal, wo soll ich hinfahren? Weiß es nicht K-Linie? Ich hab dem Ding confident Warum lass K-Linie? Ich hab kein Bock auf die Mitte, ey K-Linie kommen bestimmt die Yolo-Scouts, ey Das ist nämlich auch mein... Also der Panzer fühlt sich genau an wie ein T-100 Light auf Tier 8 Das kann ich dir verraten, ey Das ist krass Bloß mit ein bisschen zu wenig Alpha Aber dann wäre... ... auch zu gut Ne, die Early-Spot, das kann ich gleich mit hinten an die Kante da oben sagen Ja, hab ich gefunden, das Yaddle-Team kommt Ne, 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 hat's... Ich hab aber vergessen immer, kommt man dann Es kommt alles, man Du kannst eigentlich dich jetzt mal safe stellen Du stirbst hier Das ist alles, das ist das ganze Team Ja Geh mal, geh mal, geh mal weg Wir müssen... Das hältst du nicht aus, die DPM Guck dir mal den Yolo an, was da kommt Geh mal entweder hier in die Mitte hoch Warte, 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 warte Ja, mach einen Schuss oder zwei und dann... Daneben Ja, oder vielleicht hier oben auf das Ding drauf Auf das Ding, kommst du hier noch rauf? Ja, mach ich gleich, ja Ich hab nur noch Standard hier hinten einige Okay Ja, wenn du hier noch safe raufkommst Das ist ja die Farmposition hier neu Die wär jetzt sogar mal nützlich, die Tasche hier Fahre Fahre Einmal ordentlich kassiert, dieses Yolo Ich wusste, dass so eine Yolo-Scheiße kommt Wenn du hier auf die Gammeltasche kommst Kannste fahren Ich bin auf der Gammeltasche Die ist jetzt mal legit Sehr schön Gibt doch keine Art, die brauchen keine Angst haben Richtig Kommt der nächste Yadel Skorpion aehmt uns ab Der hat geschossen, glaub ich Von denen da Ist ja schön Ich krieg ja nur die Fliege Ich weiß aber Ich glaub ich Ich weiß nicht, ob ich schon gegenpushen kann Aber wir haben viele One-Shots Ich denke, ich kann jetzt auch wieder ein bisschen rauskommen Denkt dran, hinten steht noch Standard B Ja, und Skorpion Da ist schon noch viel, wer ist der Standard B? Der Panther? Na, da ist noch Out of Render vielleicht Ja, ich komm jetzt aber auch wieder Ja, jetzt glaub ich, okay Ich dachte, die kommen hier gleich rumgefahren, weißt du Hier oben fliegt noch eine ganze Zeit rein Ja, die sind blind Jetzt pushen wir das wieder zurück Weil wir dann halt noch HPs haben Vielleicht ein Panther da rein jetzt Der Panzer macht richtig Spaß Vor allem wenn man das auch macht Wenn man irgendwas pennen kann Nicht sterben Ja Safe Schön Ja Mein Motor ist kaputt Hier ist ein Tiger zum abaimen Der haut jetzt ab Er ist zugegangen leider Der Scorpin ist glaub ich auch noch da Da Der 29 Ah Schön Schön Das ist nice Da steht der T29 Ja, ich guck ob ich drüber bekomme Und noch eine Wow, du musst halt die ganze Zeit aufpassen Ich hab halt kaputt nur auch drauf Ja, ich weiß T29 hat Das ist die Jaddle Scouts Ich mach dir den jetzt dauerhaft auf Wenn du den dann beschießt Na, jetzt geht das Highdown, ne? Ja Musst du mir jetzt nachziehen dann Ich streiche Gleich fahren jetzt Da T34 Dingsbums Ist der TD da oben Jaddle hinterher Mitkommen Hat sich aufgelöst Wow, das Team hittet halt auch mal was Hölf Sekunden hab ich noch Dann können wir wieder Gas geben Wurzelstreichler Ja Warum schießt mein eigener wieder auf mich? Hm, Leo War das nötig? Ach, wer lebt wieder am längsten Dieses 2-5-7-Viee Da ist wieder keiner pennt Ne, ich glaub das Hat sich einfach nur selber Out of game da gebracht Ich fall immer mit Mit meinem Heavy Tank da oben rein Bin useless Ich glaub den kann ich tatsächlich Jetzt nicht pennen Nicht wirklich effektiv Wenn ich nicht seinen Arsch find Boah der ist ja richtig voll noch Ich hoffe das ich noch Jetzt obere Platte So wie er jetzt steht Ja ich aim ja schon Willst du? Ich penne ihn Mein Schuss geht runter Zu spär Wenn mein Schuss nicht noch Na gut meine Schüsse treffen halt auch nicht wirklich Aber ich hab ihn gepennt Also ich hab ihn abgepumpt So schön Ich auch beiner Einer flog zu niedrig Der andere ging in die Lower Plate Schöne Runde war das Das dürfte ein Ace Wanker mal wieder sein Hast du so viel? Hast du so viel? Ich hab so viele Aces Ich hab Aces ohne Ende Ne, so viel Damage hab ich auch Keine Ahnung Na ist ein Ace 3400 Damage